Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal was du vorhast bei uns, passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Ich darf dich heute recht herzlich im Sepp-Helfer-Stadion begrüßen. Es kommt heute zur ersten Runde des BV-Verbandspokals 18-19. Axt! Lautes Familie! Axt! Geh nach Hause, bitte geh einfach nach Hause. Geh auch rein, Mann. Unter geht die Fahnen von Kevin Kassler, Upside, Side. Oh, komm, 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 komm! Oh! Oh! Oh, zu! Das war eine Kiste. 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 Das ist bei 250 Zuschauern. Das ist bei 250 Zuschauern. Das ist bei 250 Zuschauern. Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio. Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.